Wie kann man jetzt mit, wenn ich weiß, wie kann ich mich dem nähern, wie kann ich diesen blinden Fleck vielleicht versuchen, mal so ein bisschen auch einzugrenzen? Das ist jetzt vielleicht nicht ganz unser KPI und Metriken-Thema, aber lass uns da noch zwei, drei Minuten bereiten. Ja, aber es ist schon das Metriken-Thema. Also ich sage mal, es ist nicht unbedingt ein KPI-Thema, aber, und stimmt nicht. Also wenn ich als KPI zum Beispiel so etwas, wir nehmen jetzt mal den NPS-Score außen vor, aber Kundenzufriedenheit als ein Key-Performance-Indicator, was eigentlich mehr oder minder jedes Unternehmen als KPI haben müsste, meiner Meinung nach, dann ist natürlich alles, was ich da zu kontribuieren tue, um den Kunden besser zu verstehen, um damit diesen schwarzen Flecken auf meiner Karte zu, wer ist mein Kunde eigentlich, zu verkleinern, ja genau ein Hilfsmittel dazu. Und damit kommen wir dann auch zu deiner Frage, mein Lieblingswerkzeug sind da Treiberbäume. Ja genau, das hast du mir ab und zu mal, oder mir wurde das zugespielt, aber nein, das finde ich gut. Mach mal ein Beispiel, was ist ein Treiberbaum? Weil der Begriff ist mir tatsächlich gar nicht so geläufig gewesen. Ich habe ihn zwar sofort verstanden, was du damit meinst, aber der Begriff war für mich erstmal neu. Also von daher erklär mal bitte ganz kurz, was ist ein Treiberbaum? Also ein Treiberbaum ist erstmal auch wieder da ein ziemlich altes Tool. 1930er wurde vom damaligen Chemiekonzern Dupont noch immer heutzutage bestehend und dann auch adaptiert von Ford, von GM und teilweise anderem. Und worum es geht, ist sich zu visualisieren, im Kern, was beeinflusst was. Bedeutet, nehmen wir mal wieder meinen vorhin angesprochenen Gewinn. Mein Gewinn ist erstmal eine Substraktion von Umsatz minus Kosten. Jetzt vergessen wir mal da detaillierte Buchhaltung, Deckungsbeiträge, ich habe Steuer, aber am Ende des Tages sind Steuern ja auch Kosten und ich habe meinen Umsatz. Auch meine Abschreibung könnte ich da irgendwo auch noch verorten und ähnliches. Woraus ergibt sich jetzt mein Umsatz? Mein Umsatz ergibt sich aus meinen verkauften Produkten. Jetzt könnte man blöd sagen, wenn ein Kunde nur ein Produkt kauft, mal der Anzahl meiner Kunden oder mal der Anzahl der Verkäufe. Gut, woraus ergeben sich meine Verkäufe? Nehmen wir vielleicht mal ganz einfach sowas wie durchschnittliche Anzahl von Käufen pro Kunde pro Jahr mal Anzahl Kunden. Woraus ergibt sich die Anzahl meiner Kunden? Die Anzahl der Interessenten mal einer gewissen Art von Conversion Rate. Und wie viele sind aktiv davon? Ist ja auch noch wichtig. Alles und du kannst den Detailgrad exorbitant hochdrehen. Worum es geht, ist, dass du immer erkennst, welche meiner Handlungen, welche meiner unternehmerischen Aktivitäten, alles was wir in einem Unternehmen tun, ist ja kontribuierend hinzu. Wir machen hoffentlich als Organisation das, damit wir Geld verdienen können, damit wir Gehälter zahlen können, unter anderem natürlich auch Steuern und den ganzen anderen Klavadatsch. Aber um genau dort sich dann zu überlegen, zahlt das, was ich gerade tue, auf eine Zielmetrik ein und diese Zielmetrik kannst du auch als Nordsternmetrik zum Beispiel definieren, also als meine Nordsternmetrik auf die alles, was wir tun, hoffentlich einzahlt, darüber dann runterbauen. Und dann landest du irgendwann vielleicht bei solchen Sachen wie, welchen Viralitätsquotient hat zum Beispiel unser Instagram-Content? Oder du kannst es runterbrechen dann auf noch verrücktere Sachen, wie zum Beispiel, wie stark, das kannst du besonders bei TikTok dann explorativ auswerten, wie stark ist dort eigentlich der Engagement-Faktor meiner TikTok-Videos von mindestens drei Sekunden Viewtime, damit ich einen höheren Second, also eine höhere Second-Level-Distribution habe. Was bedeutet, ja, die Leute, die mir eh folgen, kriegen mit einer großen Wahrscheinlichkeit meine Inhalte. Ich will aber ja an Leute rankommen, die mich noch nicht kennen, beziehungsweise bei denen ich noch nicht top of mind bin, so sehr, dass sie mir folgen. Heißt, umso einen höheren Viralitätsfaktor jetzt das Ganze hat und das kann ich natürlich auch über, wenn wir wieder von Customer Experience sprechen, auch dorthin packen. Nämlich unter dem Aspekt, wie hilfreich war denn zum Beispiel gerade meine Customer-Service-Interaktion? Ja, aber das ist jetzt, ich glaube, das machen wir mal ganz kurz eine, ich will nicht sagen einen Break im Sinne von Pause, sondern das zeigt, und das glaube ich jetzt alle, die hier im Kreise sind, aber auch die, die es jetzt im Nachgang anschauen, die könnten jetzt, ich sage es mal, Hypothesis, könnten das Gefühl bekommen, naja, anfangs hat Georg gesagt, naja, es reichen so fünf Kennzahlen, ja, um ein Unternehmen zu steuern, dann wird vielleicht der ein oder andere sagen, der quatscht Bullshit. Dann sage ich, naja, gut, Philipp hat jetzt gerade nochmal 20 Beispiele genannt, wie man das noch betrachten kann. Dann hatte ich vorhin dieses Chart gezeigt, naja, man kann das schauen, man kann die Kosten pro Neukunde und was ist das Folgeverhalten, kann man sich anschauen. Also am Ende mit diesen Charts, die ich zum Schluss gezeigt habe, mit diesem großen Bild, ich habe da 100 Kennzahlen, glaube ich, drauf. Naja, aber das Entscheidende ist herauszufinden, was sind für diese eine Aktion oder das, was du ja schön formuliert hast, für diesen, was treibt mein Business an sozusagen. Und das kann einmal in der operativen Ebene sein, das kann in der strategischen Ebene sein und beides muss aber zueinander in Konkurrenz stehen. Ich glaube, das ist so vielleicht mal ein Zwischenfazit.